Hey Leute, Andi und Chris wieder hier, Vlog Nummer 3 und wir sind fucking excited und wir zeigen mal, worum es geht. Ich würd's ja gerne von hinten zeigen, aber das sieht ein bisschen, ich weiß nicht, sieht man das? Ja, man sieht's ein bisschen, oder? Bester Cut ever, okay, alles voll gut gecutt. So, ähm, nein, wir sind fucking excited, weil, äh, du hast gestern nicht so eine Pressekonferenz gesehen. Ich hab das auch vor, bin aber zwischendurch eingebettet und bin dann aufgewacht und er meinte, ey, ja, guck. Und ich guck und ich so, aaaaaaah! Crazy fucking shit. Du bist nicht wirklich dabei aufgewacht. Ich hab dich kaum was geschlafen, ne? Nein, nein, ich bin dann nach aufgewacht und nur so, hier, guck mal. Du hast es zwei Stunden später aufgewacht, wo ich gerade Licht ausmachen wollte. Ich weiß, ich hab einfach in meinem Herz gespuckt, was, Trailer. Und da hast du mir die schon per WhatsApp geschickt und ich so, guck, 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 guck. Jesus Christus. Und Resi 2, wir haben es gesehen. Die Gebete wurden erhört, ey. Wie fühlst du dich gerade? Emotional? Gaming-technisch sehr zufrieden, muss ich sagen. Absolut. Ja, wir haben schon die Pre-Oder-Bonuses durchgeguckt. Genau. Wir haben schon Kaufpläne geschmiedet. Und es gibt zwei Trailer-Videos. Einer war zu sehen, da hattest du live gesehen. Und einer wurde danach noch irgendwo rausgefeuert. Wir haben keine Ahnung, wo der rausgefeuert wurde, weil er tauchte auf einmal im Internet auf. Gutes Datat. Auf jeden Fall. Und was wir gleich machen, ist, wir schauen uns beide Trailer nochmal an. Einmal auf seinem Kanal eins und einmal auf meinem Kanal eins. Und quatschen wir mal so ein bisschen. Ich hoffe, das kommt irgendwann auf die nächsten Tage dann mal hoch. Weil der Vlog kommt jetzt, denke ich, mal direkt hoch. Genau. Kleines Reaction-Video. Und viele Diskussionen. Vielleicht ein kurzer Eindruck. Es sah einfach nur geil aus. Vor allen Dingen, wie sie am Anfang versucht haben, dich so zu tricksen. Indem so, ja, was ist das? Ist es? Ist es nicht? Und dann BOOM! Und dann kamen einfach super viele geile Sachen. Es sieht super geil aus auch. Düster. Horror. Blut in jeder scheiß Ecke. Alles ist dunkel. Die Lichter flackern. Licker ist unglaublich bedrohlich. Es ist so geil. Aber wir reden darüber nochmal in der Tiefe in den beiden Videos zu den Trailern. Wir haben allgemein auch heute noch ordentlich was aufzunehmen, was wir alles noch auf dem Plan haben. Aber ich würde sagen, dann legen wir direkt mal los. Heute Abend gibt es auch wieder... Döner. Dieser Tag wird immer besser. Und dabei ist es dein Ehrentag. Von daher nochmal in dem Video. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Du willst ja nur, dass die Leute jetzt allerhetzigen. Auch. Auch. Ja. Auch. Und Capcom hat dir das größte Geburtstagsgeschenke gemacht, indem sie was über Resi 2 gebracht haben. Love you Capcom. Von daher wir legen los mit dem Aufnehmen. Und fuck yeah. 19. Januar. 29. 19. 25. Irgendwie so. Auf jeden Fall. Januar hat nicht 29 Tage gelaufen. Doch. 29. Auf jeden Fall. Ende Januar. Und vielleicht noch einen kleinen Shoutout an die Leute gestern. Genau. Wir haben gestern noch Livestream gemacht und es waren durchweg 15 bis 20 Leute dabei. War richtig geil. Wir haben den End of Soul DLC gemacht. Haben danach noch Lost in Nightmares auf Veteranen durchgehauen. Und dann noch mal kurz in Datinglight reingeschaut. War mega geil oder? Richtig gut. Und falls ihr noch nicht genug Vlogs habt, ihr seid ja jetzt hier bei Andi. Guckt mal bei mir rüber. Wir haben schon ein paar Vlogs gemacht seitdem wir jetzt. Genau. Ich verlinke euch die beiden anderen, die wir gemacht haben, unten in der Beschreibung, wenn ich dran denke. Und du weißt genau, was ich das mache. Weil ich auf der Couch sitze und dein Handy geben darf. Ja, ja. Deswegen verspreche ich, damit du es jetzt gleich machst. Nein, aber das wird mega geil. Wir haben noch einiges zum Aufnehmen. Einfach geil. Einfach geil. Und nachher gibt es noch Döner. Dafür stehe ich mit meinem Resident Evil T-Shirt. Ach ja. Von daher, let's go. Wir haben einiges aufzunehmen. Bis später. Bis später, Leute. Bis später.